Der kleine Mann an fünfter Stelle der britischen Thronfolge Jetzt hat der Palast 4 offizielle Taufporträts veröffentlicht Die Bilder sind im klaren Zuhause im Anschluss an die Taufe entstanden So sieht Mutter Liebe aus Das will ihr nächste Bilderei zeigt Herzogin Kate, 36, im Garten Sie trägt ihren kleinen Lies auf dem Arm und schmachtet ihn geradezu an Auch auf einem Foto der kleinen Familie, auf dem natürlich Papa Prinz William, 36, und Louis' Geschwisterchen Prinz Georg, 4, und Prinzessin Charlotte, 3, nicht fehlen dürfen, kümmert sich Kate verliebt um ihren Sohn Mann Die beiden anderen Aufnahmen sind größere Familienporträts Auf einem sind neben Williams' Kindern und seiner Frau auch sein Vater Prinz Charles, 69, und Herzogin Camilla, 70, sowie Williams' Bruder Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, zu sehen Auf dem anderen Bild stößt auch noch Herzogin Kathis erweiterte Familie hinzu Auf diesem sind neben allen bisher erwähnten Royals auch noch ihre Schwester Pippa, 34, mit deren Ehemann James Martius, 42, ihr Bruder James, 31, und ihre Eltern Michael, 69, und Carole Medletton, 63, zu sehen Die Bilder stammen von Profi-Fotograf Matt Holyork, der von der royalen Familie vor der Taufe als einer der weltbesten Porträtfotografen bezeichnet wurde Im vergangenen Jahr hielt Holyork auch bereits die Feierlichkeiten anlässlich des 70 Im vergangenen Jahrhundert Im vergangenen Jahrhundert